Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen und Luf Shopping. Heute ist der Tag der Tage. Ich stehe im Luf Shopping Center in Lübeck-Dänischburg und warte auf Karo. Denn Karo, unsere Gewinnerin, hat sich ja mit ihrer unschönen Ecke bei uns beworben, die ich nun mit ihr zusammen heute in eine schöne Ecke verwandeln werde. Dafür brauchen wir Deko, Möbel und vielleicht noch ein paar andere Kleinigkeiten. Lasst euch überraschen, was wir so finden und wie die Ecke am Ende aussehen wird. Jetzt habe ich Karo hier. Hi Karo, ich freue mich. Hallo, ich freue mich auch. Wir gehen jetzt zu Ikea und bei Ikea brauchen wir erstmal Stauraum. Genau. Hast du schon eine Idee, in welche Richtung das gehen soll oder darf ich... Du darfst dich austoben. Sehr gut. Das sind schon mal die Korpusse, die wir auch auf jeden Fall brauchen. Ja. Rot. Klingt krass, oder? Ja. Gefällt dir der Holzton? Ja, sehr gut. Schön. Auch mit dieser Kombi. Ist das weiß oder ist das Creme? Das ist ein weiß. Okay, sieht typisch aus. Guck mal, es geht schon alles in Richtung Winter, Weihnachten. Vielleicht sollten wir uns da schon dran orientieren. Eine Deko, die wandelbar ist, dass du mit ein paar wenigen Estras, die wir noch holen, sofort eine Weihnachtsdeko hast. Pass auf, ich stelle jetzt die Frage alle dran, was landet bei jedem Einkauf im Korb? Ich glaube die Teelichter, ne? Ja, ist so, ist so. Guck mal, hier sind die Lampen. Guck mal, hier sind die Lampen. Wollen wir einfach eine mitnehmen? Ja. Ich habe ja immer gesagt, dekoriert an ungeraden Zahlen und das kann man immer als Base nehmen. Das heißt, du kannst das ganze Jahr über immer eine und dieselbe goldene Schale benutzen, die du einfach umdekorierst und hast damit die Möglichkeit halt immer für Abwechslung zu sorgen. Wer also wirklich einen Tipp braucht, einfach eine Schale darauf, eine schöne Gruppe dekorieren, fertig. Sieht immer gut aus. Ach, Kübelchen. Jetzt geht's amt auf immer doch. Ja, mit Glitzer, ne? Emma Katzen, wie süß. Die packen wir mit rein? Ja. Finde ich gut. Was auch immer cool kommt, sind Fransen. Wenn man die mit auf dieses Fell mit drauf legt, wo die anderen Kugeln drauf sind, dann ist das nicht mehr so präsent und kann trotzdem gut aussehen. Baumarkt und endliche Walten. Wir bräuchten einen kleinen Akkuschrauber, oder? Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt einen mitnehmen, das wäre gar nicht so verkehrt. Perfekt. Ab zu dir. Der hat aber nicht so verkehrt. Wir brauchen einfach noch keine Leute. Wir brauchen einen mitnehmen, das ist hier. Der hat sich einfach mal komplett aussehen. Deine Wester, das ist quer. Das ist her. Wir brauchen ein Geld. Ich glaube, wir brauchen ein Geld, aber we are. Wir brauchen ein Geld. Das wäre gut. Wie ein Geld. Gemeinsam mit Caro habe ich also ihre unschöne in eine schöne Ecke verwandelt. Wir hatten ganz viel Spaß beim Shoppen und Umdekorieren. Caro hat jetzt das, was sie sich gewünscht hat, ganz viel Stauraum. Viel Deko, kann also selbst noch ein bisschen umdekorieren. Und wenn ihr die nächsten Aktionen hier auf der Facebook-Seite von Luf Shopping nicht verpassen wollt, dann folgt uns hier und seid gespannt, was demnächst so kommt. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Umdekorieren. Euer Wohnprinz Bastian. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.